Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal KiwiDiKi. Wir spielen eine Runde Survival Games mit den lieben MeinLB und EvilShadow. Also, ja, und jetzt, wie man sieht, gehe ich auf Jagd und den ersten bekomme ich schon. Jo, erster Kill. Jetzt verfolge ich den und MeinLB bekommt den. Sehr gut gemacht. Also er hat mich, glaube ich, einmal gehittet. Ja, jetzt kommt EvilShadow von hinten. Ach geil, Alter. Hat er gut gemacht. Also, MeinLB muss, ich würde mal sagen, habe ich auch schon zwei Kuchen. Ja, und ich wollte darüber reden. Morgen startet Leben 2, das habe ich schon. Leben 3, ich habe das schon gesagt, eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, dann blende ich... Ähm, nee, nee, das ist eine Überraschung. Ich habe ein Leben 3-Intro. Und das seht ihr dann bald. Dann verfolge ich den hier, weil er EvilShadow töten wollte. Und ja, dann bekomme ich den einfach gut gemacht. Da kommt so ein... Und jetzt, EvilShadow ist down. MeinLB hat den angeblich... Also EvilShadow angeblich gehittet. Und dadurch... Ja, guck. Haha, er faustet mich. Ja. Also, Leute. Das, was von mir schaut, die teilen wir jetzt noch bis zum Ende. Also, Leute. Bis morgen. Vielleicht startet morgen schon Leben 3. Seid wirklich in Erwartung. Also, bis morgen. Und ja, die Mitspieler waren natürlich mein IP. Und EvilShadow, wie schon gesagt. Schaut auf jeden Fall mal bei denen vorbei. Sehr coole Jungs. Also, bis morgen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.